Hä? Wieso ist das passiert? Hab genau das beabsichtigt. So, jetzt fahren wir auch ganz ordentlich. Vollgas! Uh! Kann ich durch Wasser fahren? Ich fliege nach Hause! Upsi, nix passiert. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin bei meinem dritten Kaffee. Der dritte Kaffee ist leer und ich habe einen Energy Smoothie. Das wird wild. Weiß ich nicht. Also, ich hoffe. Wir spielen Animal Trainer Simulator Prolog. Ich glaube, es steht hier nicht Prolog, aber es ist der Prolog. Wenn einer weiß, was die komischen Sachen hier heißen, gerne erklären. Blonde Frau weiß nicht. Schattenauflösung? Ja, blonde Frau weiß nicht. Ja, sieht auch gut aus. German. Da waren wir schon. Reusspegel. Bindungen. Was sind Bindungen? Das machen wir einfach mal einen Tag runter. Wer ist die? Ich kann springen. Sprinten. Tabletabulator interagieren. Belegungen zurücksetzen. Ich glaube, die Übersetzung ist wild. Hat er es jetzt so genommen? Ja. Rückkehr. Spiel starten. Laden. Laden. Anleitung Hunde. Öffne das Tablet mit With It Tab. Drücken und kaufen Sie ein Hundehaus. Darf ich erst einmal gucken hier? Ich kann nicht springen. Ich wurde verarscht. Weicht. Kann ich ein Pferdchen kaufen? Warnung. Pferd enthalten. Aber ich kann rennen. Warum wuckelt die Musik? Was mache ich hier? Geht es hier rein? Nein? Okay. Ich soll Tab drücken? Ähm. Super. Tiere. Nee. Hier. Baumodus. Ah. Oh. Den sieht er nicht. Warte. Ist der nicht cool. Hätte von mir stammen können. Kann ich den für meinen Amt nähen? Äh. Egal. So. Ich soll eine Hundehütte bauen, ne? Kommen Sie ein Hundehaus. Hier geht nicht. Nur hier geht. Oh. Guck mal. Soll das recht hier hin? Er drehen. Ja. Ah. Auf den Weg? Ich setze es. Wieso darf das denn nicht? Ja, dann darf. Sie haben eine neue Nachricht. Überprüfen Sie die Messenger-App. Oh, guck mal. Eine Hundehütte. Kann ich hier reingehen? Ich kann hier reingehen. Leerer Platz. Öffne das Tablet und nimm an Bestellungen vom Kunden entgegen. Messenger. Axel. Axel Lottl. Hallo, ich möchte mein Haustier trainieren lassen. Hast du einen Platz frei? Das Haustier soll wie folgt. Trainiert werden. Ausbildungsanforderungen. Training. Foto geben. 1 von 10. Training. Hinlegen. 1 von 10. Training. Grundverteidigung. 1 von 10. Belohnung. 100 Dollar. Yasichi. Wann kommst du denn? Öffne das Tablet und stelle die Navigation zum Kunden ein. Ich habe Ja gesagt und jetzt sage ich Ne. Navigation. Zeit bis zur Abholung. 29 Uhr oder was? Honey. Navigation. Navigation. Was ist hier los? Fahrzeug auswählen. Muss ich das abholen, das Tier? Oh nein. Ihr habt doch letzte Woche gesehen, wie toll ich Autofahren kann. Kameransicht 1 und 2 wechseln. Oh ja, so ist besser, denke ich. Wo muss ich denn hin? Warum blinkt das da rot? Dahin? Ja, ich sehe den Zaun. Das Auto hier kann besser fahren als im supi tollen Farming Simulator. Kann ich durch Wasser fahren? Oh, nasses Rennen. Diesen Erfolg erhältst du, wenn du mit deinem Auto ins Wasser fährst. Ich habe genau das beabsichtigt. da hätte er jetzt aber auch mal zu mir laufen können. Komm ich raus. F Axel Lottl möchte, dass du Honey trainierst. Hund soll wie unten aufgeführt trainiert werden. Rote hinlegen, Grundverteidigung. Ja. Sie können die Anforderung... Bevor wir mit dem Training des Hundes beginnen, müssen wir sein Vertrauensniveau auf 100 erhöhen. Dies kann durch Streicheln und geben von Leckerlis erreicht werden. Ohne dies können wir das Tier nicht trainieren. Komm erst mal da. Jetzt können sie sich dem Beifahrersitz nähern. Oh, habe ich nicht. Okay, komm. Honey. Wir gehen zum Beifahrersitz. Wieso sitzt du auf dem Beifahrersitz? Du bist angeschnallt. Das ist ja vorbildlich. So, jetzt fahren wir auch ganz ordentlich. Wir haben ja einen Hund dabei. Er ist auch angeschnallt. Oder sie. ist das schön hier. Mit einem See. Mit so viel Natur und Felder. Ist ja fast wie zu Hause. Achtung, ich habe einen Hund dabei. treten Sie das Geschäft und kaufen Sie Hundefutter. welches Geschäft? Das Geschäft. Welches Geschäft? Da siehe. Kommen Sie Hundefutter. Ich brauche Hundesnacks. Wie viel Geld habe ich? 900. Hallo? Tasche für Hundefutter. Ja, natürlich. Ich kann mir das nicht in die Hosentasche schieben. Hundesnack. Pferdefutter. Spielzeug. Seil. Ball. Ich habe noch 700. Ich will. Kann ich nicht. Okay. Ich bin schon fertig. Kann ich nicht. Okay. Dann halt nicht. Was ist da los? Lo? 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 Was ist das? Oh. Da ist einfach mal eine Wand. Bäh. Ich bin ja super ausgestattert. Ich habe wahrscheinlich gerade erst gestartet und schon kommt ein Auftrag rein. Oh, guck, meine Axt. Kann ich die Mitte hin? Ah, nee, ist ja kein Horror. Ich bin so wach, so wach, so wach, so wach ist das nicht toll. Voll Gas. Ich fliege nach Hause. Hund ist angeschnallt. Alles gut. Nichts passiert. Kann ich den Briefkasten umfahren? Nein. Parke vor dem Lager. Das ist das Lager, nicht mein Haus. Parke die Snacks aus dem Auto. Wie denn? Was ist das Lager? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht das Lager. Wieso muss der Hund eigentlich trainiert werden? Der ist total lieb. Äh. Ja, wie mache ich das denn? Momentan. Firma. Shop. Messenger. Nix. Spiel verlassen. Tablet schießen. Karte. What? Uh. Ja, als ob das so groß ist. Als ob. Okay. so geht das natürlich. Nimm das Tier aus dem Auto. Automatisches Speichern abgeschlossen. Hallo, Honey. Setze den Hund ins Hundehaus und lasse ihn frei. Ich glaube, ich glaube, der hat mir den falschen Hund mitgegeben. Okay. Du bist frei. Fülle die Schüssel mit Essen. Fülle die Schüssel mit Wasser. Ja, das war eine lange Fahrt, ich weiß. trinkt noch mal was. Warten Sie, bis das Tier frisst und trinkt. Ja, das ist doch fällig. Öffnen das Tablet und kaufen Sie ein Gebäude für die Hundepflege. Das hier. Ich denke, das ist noch nicht freigeschaltend. hier kann nichts sind, oder? Ha! So. Okay. Nehmen Sie das Tier an die Leine. Habe ich. Hier ist Tier zum Waschgebäude. Warum muss ich dich waschen? Du solltest trainiert werden. Ah, ich habe es verkehrt herumgebrochen. Kann ich das noch ändern? Nein. Was ist noch da? Lass machen. das ist ein Gartenschlauch. Das ist voll kalt. Ein Seifen. Ach, ich habe einen warmen Wasseranschluss im Garten. Okay. Schubbi, 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 schubbi. Wischi, 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 waschi. Die Haare und die Ohren auf. Ich habe das Ball unter ein Hockey-Short-Video gelegt. Habe nichts verpasst. Ist aber ein Ohrwurm. Schließ, was? Schließ den Wasseranschluss weg. Hier. Führe den Hund nach draußen. Beginnen Sie dann mit dem Wasserschluss zu nehmen und das Tier zu bewässern. Nehmen Sie dann einen Schwamm. Oh, das habe ich schon gesehen. Dann schrubben Sie sein Fell. Geben Sie dem Tier schließlich eine weitere gründliche Bewässerung. Okay, kommst mit. Du bist, ah doch, du bist in der Leine. Lass das Tier von alleine. Bist du dir da sicher? Streich das Tier, bis du sein Vertrauen gewinnst. Gut. Streich den Kopf. Nee, den Kopf. Weil der Bauch ist empfindlich. Ach, guck mal. Wusch, 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 wusch. Trainiere das Tier. Trainings. Gipfelchen. Gipfelchen. Wie? Achso. Hallo. Hier, Gipfelchen. Gib. Was möchte ich machen? Äh. War das richtig? Ja, holen Sie dies fünfmal. Cool. Oh Gott, oh Gott. Ich sage mal, sind wir jetzt bald mal durch? Jetzt nicht das Tier nach dem Tränen zu belohnen. Und natürlich, äh, Lohnen. Ja, da freut er sich. Ja, ein feiner. Er kann jetzt Foto geben. Was, was sollte er nochmal alles können? Aha. Äh, Grundverteidigung soll er auch können. Drehung, Foto, Gipfelchen. Ding, 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 Ding. Okay. Drücken Sie die linke Maustaste, wenn sich... Und der Hund sich hinlegt, oder? Hat er es richtig gemerkt? Ein Ballon, um das Lernen zu bestärken. Ja, würde ich ja gerne. Ja, hier. Was musst du nochmal können? Du musst mal mitkommen. Bleibst du da? Und du legst dich hin. Okay, ja, ja. Dir geht's gut. Oh, bald ist er müde. Kaufen Sie einen Angriffstrainingsposten. Kann ich... Oder... Nee, warte mal. Das hier möchte ich gerne bitte drehen. So. Ein... Das hier. Warum kann das hier nicht hin? Na gut. Nehmen Sie das Tier an die Beine. Ja, komm mal wieder her. Komm mit. Na, der ist ja süß. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich trainiere das Tier. Trainieren. Mein Bein stehen. Was? Hä? Was ist denn hier? Ach so. Hä? Ähm. Honey? Könntest du bitte mitkommen? Danke. Und nicht die Puppe anwählen. So. Komm her. Drücken Sie schnell die Leertaste, um den Pfeil die andere Seite zu bewegen. Und drücken Sie dann den richtigen Buchstaben, um den Angriff zu starten. Nee. Gott. Ist ja schon mal gut. Ja, hast du fein gemacht. Machen wir es nochmal? Ja. Cool. Ja, fein. So, jetzt machen wir es nochmal. B. Giss nicht, das Tier zu belohnen. Ja, fein. Fein. Ja, ja. Hallo. Fein. Nimm das Tier zum Auto. Sind wir schon durch? Aber nee, hat doch nichts mehr zu essen. Das war so ein braves Tier. Das hätte er nicht alleine hingekriegt. Aber gut. Hoffentlich bezahlt er auch richtig. Diesmal nicht durchs Wasser. Da wächst auf einmal der Weizen. Äh, Entschuldigung. Hallo, 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 hallo. War da ein Stein? War ich eine Hupe? Kann ich hier ein Autohunfall bauen? Nein, ich hab den Hund dabei. Wo muss ich hin? Klar um die Ecke. Tü, 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 tü. Hallo. Ich hab'n Hund auf dem Beifahrersitz, aber keine Sorge, der ist angeschnallt. Hätten wir hier nicht mal für die Umwelt hinlaufen können? Liefern sie ja nie? Nee, ich tu'n da so. Hundstraining hinlegen. 1,65. Foto geben 1,2. Grundverteidigung 1. Bestellungsdetails. Ja. Liefern. Yay, Hundeerfolg. Erfolg für das Abschließen und Abgeben des Ersten. Irgendwas. Haben noch nicht mal an die Tür. Fahren nach Hause. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Tü, tü. Fahrer auch über Gehwege. Vielleicht sind's doch keine Gehwege, ich weiß nicht. Tü, 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 tü. Speichern. Oh, wer bist du? Achso, du bist die Voperator, du wärst jemand. Ist das mein Parkplatz? Öffne das Tablet. Ein. Kaufen sie Stelle. Stelle. Wo packen wir die Stelle hin? Hier geht nicht. Ja, wo ist vorne, wo ist hinten? Ich hoffe, Sie haben eine neue Nachricht. Hier prüfen Sie die Messenger-App. Ja, Moment. Erstmal muss ich hier den Stall überprüfen. Geht's von dieser Seite in den... Ah, okay. Geht's, glaube ich, von beiden Seiten rein, ne? Das ist ja sehr, sehr praktisch. Karte, Kate. Hallo, ich möchte mein Haustier trainieren lassen. Hast du einen Platz frei? das Haustier, so wie wir faktioniert werden. Training, Reiten und... Bade. Ich konnte leider noch nie was mit Pferden anfangen. Es tut mir leid. Reiten und... Nee, irgendwas. Zuweisen. Ich stelle die Navigation-Sekunde. Navigation-Zeit bis zur Abhöhung. Wo ist denn hier eine Zeit eigentlich? Da, wo ich stehe und hinter mir ist nichts. Habe ich unten auch Hunger und Wasser? Ist das meins? Um einen Anhänger an das Auto anzuhängen, fahren Sie rückwärts hinein. Der Anhänger sollte sich automatisch mit dem Auto verbinden. Da ist der Anhänger. Tja, der Anhänger. Na. Flup, flup, flup. Ach, schon wieder 300 Meter. Er hätte mal rübergeritten kommen können. Langsam wird die Musik ein bisschen eintönig. Ja, mit Anhänger ein bisschen... Witz, die... Schwieriger. Ich konnte nichts sehen. Es tut mir leid. Also, immer noch ein Baum. Nächstes Mal nicht ab durch die Hecke. Ah. Ich sehe nichts da. Da war ja noch kein Pferd drin. Reiten und Dingenskirchen. Setzen Sie das Pferd in den Anhänger. Setzen Sie Pferd. Hallo? Ihr fein. Ihr fein. Ein feines Pferd. Ja. Äh. Du wackelst zu viel. Wir fahren dann mal los, ne? Ich fahre zum Laden und wacke dann im Eisen. Jetzt muss ich auch noch zum Laden. Wo ist denn der Laden? Das ist ja nur am Wackeln da. Hör mal auf zu wackeln. Trägt immer noch einen Sattel und verliert ein Glück. Ja, Entschuldigung. Das hast du mir so gesagt. Okay, wenn ein Pferd dauerhaft den Sattel trägt, verliert es ein Glück. Ist das so? Kann man das hier mal bestätigen? Kann ich dir deinen Sattel hin ausziehen? Ne, tut mir leid. Hallo? Ich habe einen Tierhof. Kann man ein bisschen Werbung machen. Was soll ich denn? Parke daneben. Habe ich doch getan. Treten Sie in den Laden und kaufen Sie Butter für das Pferd. Mehr kann ich wieder nicht kaufen. Fahre nach Hause. Hallo? Ich kann mich nicht entscheiden, links oder rechts. Oh, das ist die Axtüter. Oh, nee, das Wasser. Na, komm. Weiter. Ah, eine Brücke. Hätten wir das nicht einfach mal schon kaufen können? Ja, ich mache ja schon so schnell, wie ich kann. Jetzt muss ich hier außen rum fahren, nur wegen dem blöden Zaun. Wer hat denn die Dinger hier aufgestellt und aus welchem Grund? Ist das vor dem Lagerpacken? Ja. Packe die Snacks aus dem Auto aus. Und lade das Pferd. Ja. Sattel. Mensch. Streichel das Tier. Das hat der Mama erklärt, als ich klein war. Hier immer nur da so. Da kannst du nicht viel mit falsch machen. Hier so. Trainiere das Reiten mit dem Tier. Okay. Ja, da muss er ja auch wieder Sattel kriegen. Reiten. Ja, das wird ja lustig. Tränen wir mal einen Schluck. Davor ein Pferd vollständig im Reiten ausgebildet ist, neigt es dazu, den Reiter abzuwerfen. Yay. Je länger sie auf dem Pferd reiten, desto schneller wird es galoppieren und desto seltener wird es den Reiter abwerfen. Fortschritt im Reittraining. Vorwärts. Halt. Links, rechts. Shift, Galopp. F absteigen. Okay. Guck mal, da ist ein Männchen. Hallo, Sollinders. Ich kann tatsächlich springen mit dem Pferd. Wee. Sind das die Punkte da unten? Muss ich irgendwo hin, ne? Ich muss einfach nur gehen. Ich weiß nicht, was das ist. Training. Drücken Sie dementsprechende Pfeile, wenn Sie sich im Mittelpunkt befinden. Okay, Pfeiltasten. Ist nicht das Ziel nach dem Training zu belohnen. Ja, komm mal her jetzt. Wo ist denn hier? Da. Ja, fein. Mach einen Sattel. Ja. Schon wieder trainieren. Bist du halt unglücklich. Also passiert da dann. Wir trainieren doch hier. Was machst du denn da? Ist das richtig? Guck mal, ich kann noch via SD drücken. Links. Links. Runter. Befein. Und noch mal trainieren. Rechts, 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 rechts. Kommt doch noch mal was anderes. Ja, du trägst einen Sattel, weil wir trainieren. Hä? Oder brauchst du dafür deinen Sattel nicht? Hallo, komm mal her. Hallo, wir sind noch nicht fertig. Ach so, hast du schon was gekriegt hier? Nein, ich glaube nicht, ne? Hä? Jetzt sind wir durch? Okay. Setzen Sie das Pferd in den Anhänger. Na, dann komm mal mit. Hallo? Pferd. Pferd zum Kunden, um das Tee zurückzugeben. Diesmal links am Zaun vorbei kann ich währenddessen trinken. Mein Smoothie besteht übrigens aus einer Banane. Ich glaube, zwei Äpfel. Ein bisschen Zitrone. Himbeeren. Ein Löffel Holy Energy. Granatapfel. Oh, wir sind schon da. Ein Löffel Honig. Hafermilch. Da die dann leer gegangen ist. Auch fettarme Milch. Und Wasser. Haferflocken. Ich parke nicht richtig. Flohsamen Schalen-Dings. Äh. Upsi. Das volle Hauszieher muss an der Leine sein. Und zurückzuholen. Ja. Ich bin liefer. Yay. Ich fahre nach Hause. Aber ich nehme bitte den Anhänger mit dir. Los. Rückwärts. Hallo. Rückwärts. Hä? Warum zur Hölle fährst du nicht rückwärts? Ach, Menno. Gott, jetzt muss ich da so rückwärts ran navigieren. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey. Was soll denn das? Warum fährt er nicht? Steht aus. Ich kann ja nur auf dem Hof rückwärts fahren, oder was? Was passiert denn hier? Ja. Geh mal dahin, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ja. Kann ich auch nach Hause schubsen? Hallo. Ist jetzt mal. Könnten wir bitte. Ja. So. Ich sehe nur nichts. Ja. 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 Das ist ja nix. Angeblich würde er doch da dran gehen. Ich kurbel immer in die falsche Richtung. sage mal. Nee, so. Ich. Jetzt geht das Ding da nicht mehr dran. Das ist doch nicht dein Ernst. Angeblich soll ich doch nur... Wieso ist das passiert? Geh da wieder dran jetzt. Oh, ey. Dann nicht, aber woher weiß ich, dass der da steht? Achso, weil da ein grüner Punkt drin ist. Hm. Okay, mal gucken. Tö, tö, tö. Das ist das... Oh nein! Dann ist es auch egal, wo man Anhänger steht. Spielen Sie das vollständige Spiel, um Erfahrungen wie Pferdetraining, weitere Gebäudeanpassungsoptionen, mehr hauste Varianten und vieles mehr zu erleben. Letzte Wünsche ist hinzufügen, bei Discord beitreten oder das Spiel schließen. Schade, ich dachte, ich darf noch ein bisschen so einfach machen. Und dass die V-Version damit mehr Optionen ist. Ach man! Hier kann ich nicht einfach weiter... Wenn ich das jetzt drücke, dann komme ich zu Dings. Du bist doch schon auf meiner Wunschliste. Ja. Okay. Ja, sorry, heute ein bisschen kürzer. Dafür letztes Mal einen ticken Tag länger. Ja, dann... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's gut. Ich fand's cool. Auch wenn die Grafik jetzt natürlich nicht so der Burner ist, aber ich fand, das ist gut. Noch einen zweiten, dritten Track an Musik wäre schon schön gewesen. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020